Musik Moin Leute, ich hätte mal wieder Lust auf ein bisschen Süßkram und da hat sich auch gerade die Jösi etwas gewünscht und zwar Schokoladenkekse oder Kuchen ja und Kuchen habe ich ja vor etwas längerer Zeit schon mal gemacht ähm ja Schokoladenkekse halt noch nicht und Kekse tatsächlich müssen für mich auch immer schön einfach sein das heißt, dass man da nicht großartig mit der Waage rumspülen muss deswegen habe ich das auch größtenteils jetzt in Tassen und in Esslöffeln abgemessen ok, los geht's so, als erstes habe ich hier mal 150 Gramm Margarine und eine halbe Tasse Rohrrohrzucker, das sind jetzt ungefähr 180 Gramm das beides knete ich jetzt mit der Hand schön glatt dafür könnt ihr allerdings auch ein Rührgerät nehmen um das so schön schaumig zu machen, aber ja, das geht so auch dann habe ich hier anderthalb Tassen Mehl, das sind ungefähr 250 Gramm auch wieder schön unterkneten dazu könnt ihr auch gleich zwei Esslöffel Lupinmehl machen und circa vier Esslöffel Kakaopulver, das sind ungefähr 30 Gramm so und jetzt kommt noch mal eine halbe Packung Sojasahne dazu also circa 125 Milliliter das schätze ich jetzt mal ab stattdessen könnt ihr übrigens auch Sojajoghurt nehmen so, dann habe ich hier 100 Gramm Schokolade normalerweise könnte man die jetzt einfach klein hacken und die in den Teig geben das würde dann halt immer so eine kleinen Schokosplitter in den Keksen ergeben normalerweise mag das auch so, ich wollte gerne heute mal was anderes probieren und zwar, dass ich gröbere Stückchen schneide etwa so, ja ungefähr diese Größe hier und die Kekse sozusagen dann damit fülle ja, mal gucken ob es funktioniert ansonsten die einfache Variante ist auf jeden Fall ja, wie gesagt, das einfach klein zu hacken und in den Teig zu mischen teilweise mache ich das jetzt auch die Bröckchen die hier so abgebrochen sind und zu klein sind die mische ich jetzt einfach in den Teig so, dann braucht ihr eine Schüssel mit warmem Wasser macht eure Hände nass und dann könnt ihr die Kekse schön in der Hand formen mache ich jetzt hier so flach sozusagen lege ein Schokoladenstück drauf und als zweites kommt der Deckel oben drauf das Ganze nochmal schön festdrücken und schon haben wir einen gefüllten Schokoladenkeks gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten das zu machen also einfach gleich ein größeres Stückchen nehmen Schokolade einfach so rein drücken und den Teig einfach draußen rum ziehen wie ihr das im Endeffekt macht ist ja, ist euch überlassen so, dann könnt ihr schon mal euren Ofen auf 170 Grad vorheizen und da kommen dann auch gleich die Kekse rein so, das waren jetzt ungefähr 20 Minuten bei 170 Grad ja, die fühlen sich auch schon ganz gut an ihr könnt natürlich noch ein bisschen länger drin lassen wenn ihr möchtet aber eigentlich sollten die jetzt fertig sein so, die Schokolade ist auch nicht rausgelaufen da hatte ich erst ein bisschen Bedenken dass das vielleicht passieren könnte aber hat so erstmal gut funktioniert so, ich gebe die auch jetzt mal gleich auf ein Gitter damit die gleich mal auskühlen können und dann auch schön fest werden ja, so ganz wie ich es mir gedacht habe hat es jetzt nicht funktioniert denn ja, ich habe hier mal einen Keks aufgeschnitten und ja, ich habe gedacht, dass die Füllung sozusagen so bleiben würde, wie ich sie auch rein getan habe halt nur flüssig zumindest solange der Keks noch warm ist allerdings hat sich der Teig natürlich ausgebreitet und ist so ein bisschen mit der Schokolade im Inneren verschmolzen und ja, ist deswegen kaum noch zu erkennen allerdings hat es auch seinen Vorteil denn dadurch bleiben die Kekse im Inneren schön soft und auch so ein bisschen feucht und ja, das ist ja bei Keksen finde ich zumindest oft das Problem dass die einfach zu trocken sind und dass man die nur mit Flüssigkeit essen kann weil sonst der ganze Speichel im Mund das gar nicht so schnell hinbekommt ja, meinen Kosten auf jeden Fall wunderschön schokoladig und auch schön knusprig also wirklich lecker ja, normalerweise ist es ja nicht so eine gute Idee warme Kekse zu essen wegen Bauchschmerzen und so in diesem Fall finde ich die Idee allerdings wirklich gut denn durch die warme geschmolzte Schokolade im Inneren ist der Keks wirklich extrem lecker, wenn er warm ist ja Leute, habt ihr noch irgendwelche Sachen also auch ganz alltägliche also zum Beispiel Schokoladenkekse die ich unbedingt mal als Video machen soll dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und ja, euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal Tschüss! Musik 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 pa-de-pa-da-pa-da-pa-ba-da baa ba ba-da ba-da ba 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 b Griffith открыв Untertitelung des ZDF, 2020